Und weil die Myriam Kern hat ja auch nichts anderes getan, als ihre Meinung zu äußern. Sie hat auf die Gefährlichkeit der Islamisten hingewiesen und ich hoffe, dass sie auch statt, dass sie bestraft wird im Rahmen des Disziplinarverfahrens, dass sie auch geehrt wird für ihr Engagement, für die Meinungsfreiheit und für den Schutz der schutzbefohlenen Schüler und Kinder. Vielen Dank. Das war Günter Nackert, ehemaliger Lehrer. Ich danke dir.